Und damit herzlich willkommen hier zum Disney Samstag bei Telekom GAR. Wir schauen uns heute mal Disney Dreamlight Valley an. Ein Spiel im Early Access, was jetzt Anfang September rauskam. Nächstes Jahr dann richtiger Launch angepeilt 2023 als Free-to-Play Modell. Jetzt kann man Early Access sich das... Okay. Wir gucken uns das ausmalen, ja. Dann geht's weiter. Bis du aufgetaucht bist. Du hast die Macht, es wieder zu etwas Besonderem zu machen. Mit deiner Hilfe kann diese Traumwelt sich wieder zu etwas Magischem entwickeln. Dies ist ein Ort, an dem du keine Sorgen haben wirst. Wo du dir wünschen wirst, die Zeit könnte stehenbleiben. Wo du mit jedem Freundschaft schließen. Und deiner Leidenschaft folgen kannst. Ein Ort, an dem du dich wie zu Hause fühlen kannst. Dies ist ein Ort, an dem es jeden Tag ein neues Abenteuer gibt. Dies ist Dreamlight Valley. BAM! So, Dreamlight Valley. Äh, ja. Äh, bö, 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 bö. Elternteil, Erzählungsvorstellungen. Krieg ich's jetzt nicht ran. Wir machen einfach mal annehmen. So. Drücken für den Start beliebige Taste. Äh, neue Spiel starten wir gleich. Wir gucken ab, was wir in die Einstellung rein. Und, äh, da würde ich sagen, wir machen mal hier ein bisschen. Jedenfalls fallen mir fast die Ohren ab. Äh. wir machen das mal ein bisschen runter so ja ihr seht lautstärke kram und guck mal streaming freundlicher modus ersetzt urheberrecht die geschützt musik aus dem spiel ich lasse das jetzt mal aus weil wir streame nicht wir machen ja einfach ein video ja da wir unsere videos eh selber nicht monetarisieren ist das eigentlich wumpe wenn da jemand sagt hier ist unsere musik ihr das nutzen aber kriegt kein geld für werbung und da lassen wir es so da haben wir wenigstens die originalen zack was haben wir noch kann man invertieren ja machen wir mal ne so ansonsten sprache deutsch und bla 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 abspann könnte man jetzt gucken da game of montreal ja wie schon angesprochen dieses spiel ist early access gibt es drei early access pakete wir haben hier also ich habe hier das für 30 euro geklickt dann gibt es noch eins für 50 und eins für 70 euro da habt dann gegen das zu dem free to play modell was dann nächstes jahr rauskommt ein paar extras und die es dann nicht gibt und bla bla und ihr könnt jetzt schon spielen muss natürlich jeder selbst wissen aber sagt ja warum soll ich dafür geld ausgeben kannst du spielen aber ich hatte hier richtig bock drauf wir gucken mal cloud sicherung und zwar ihr könnt das dann auf verschiedenen plattformen spielen und das wird dann gesünder spielstand über und game läuft cloud server brauchen wir theoretisch nicht wenn man so auf der switch spielen ich mache hier trotzdem mal ein konto erstellen weil demnächst steht ja auch noch speedstorm an der disney fundraiser er kommt auch von game läuft und vielleicht wenn man da beide so verbindet über die cloud vielleicht gibt es ein paar gutis oder so ich mache mal schnell hier ein konto und dann sehen wir uns gleich wieder so ich habe mal ein cloud kram hier mir angelegt aktiviert und dann würde ich sagen steigen wir doch mal ein ja es gibt auch schon einen ersten patch der das ganze ein bisschen wohl technisch besser macht und ich komme nicht zu mal klären hier dann guck mal avatar voreinstellung also das ganze jetzt sicher schon mitgekriegt ist sowas in die richtung animal crossing und was weiß ich aber da importieren ja ich habe noch keine ahnung also dann nehmen wir mal so im nächsten schritt bearbeiten okay dann machen wir das doch mal gesichtsvermalung augen farbe was haben wir denn ja ach farbe da oben ja glückwunsch die werden wir ja eh nicht so oft sehen wahrscheinlich von der seite so dann ändern die sich gleich oder muss ich was bestätigen da kommen wir sind noch comic welt da gibt es große comic augen farbe des lidschattens ach das geht dann wieder zurück also farbe des lidschattens so was haben wir denn ja auch so ein freundliches grün hier geht doch oder transparenz ja mein gott so und hier kann man noch einstellen was kann man hier einstellen ach die form wahrscheinlich kann man das später auch noch mal alles ändern ok damit haben wir die augen die augen braun ja im großen und ganzen glaube ich lassen wir das erst mal ja so was gibt es noch so das passt doch der mund ja komm Lippenstift brauchen wir nicht die kiefer ok also wie gesagt ich habe keine ahnung ob man das ja kann man auch noch das so ok ob man das später noch mal ändern können aber ist ja eigentlich ja bei der figur egal uns geht es ja eigentlich um die disney figuren sage ich mal ne die wir alle treffen wollen rouge ne sommersprassen brauchen wir auch nicht frisur los äh da wird es noch interessant äh was farbe ok hm was haben wir denn hier alles für frisuren haben wir auch äh modische kurzhaar ja nicht ganz so kurz äh ne äh hipster ding oh gottes willen was denn da passiert äh hallo schöne prinzessin ich bin äh ihr äh Jean-Jacques mhm ach ist er jetzt auch wumpe oder so trockne schneller wenn wir sie schneiden äh waschen müssen gut körper um gottes willen körperart hallo hat män und n n n körper vor mal n n n n n n n n Ich hätte auch einfach ein Glöckner von Notre Dame genommen als Vorauswahl gegeben hätte, aber ist schon okay. So, einen sportlichen Bierbauch. Perfekt. Gesichtsbemalung. Hä? Kann ich jetzt selber hier machen, oder was? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ne, äh, will ich eigentlich nicht. Ne, brauchen wir nicht. Ein Bad können wir machen. Ähm, äh. Ach so. So, um, gut, das wohl ein Schnurrbärte. Äh. Äh. Ja, ja, ist doch ein richtiger Hipster. Perfekt. So. Jetzt aber. Ja. So. Äh. Jetzt mal endlich ja los geht. Gameloft Präsenz. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. So. Oh. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens, gelangst du an einen vertrauten Ort. Ist doch der Taunus. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Hm. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume. Ja. Schön war es. Okay. Es geht schon weiter. Und ihr seht, es sind eine ganze Menge bekannter Figuren. Es kommen auch noch welche dazu. Ist jetzt glaube ich schon ein Update mit Toy Story und König der Löwen angekündigt. Und eigentlich wollte ich auch erst warten. Hab gedacht, na das guckst du dir mal an, wenn es nächstes Jahr free to play ist, warum sollst du dir Geld ausgeben jetzt für. Aber ich habe recht positive Rezensionen gelesen und ein Kumpel habe ich auf der Switch gesehen mit einem Freundesstatus. Der hat sich das auch geholt gehabt und der hat auch schon 80 Stunden reingebuttert. Da dachte ich nur, hallo, dann guckt man uns das doch vielleicht auch mal an. Weil wir sind auch gerade vor ein paar Tagen zurück aus dem Disneyland Paris, haben wir ein bisschen Urlaub gemacht und ich bin schon wieder ein bisschen auf Entzug. Und ja, da habe ich gedacht, komm, schmeiß mal 30 Euro drauf in den Rachen des bösen Disney Konzerns. Ja, ja, ich weiß. Und treffen wir uns all unsere Freunde wieder, die ich in Paris auch getroffen habe. Allen voran natürlich Goofy, mein besten Freund. Okay, Disney Dreamlight Rally. Da geht es los, Merlin ist da. Weit los. Ja, 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 ja. Ihr seht, irgendwas ist im Abbey's Place on Earth nicht ganz koscher. Überall ranken sich ranken. Oh, Schlöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Okay, die Texte sind ein bisschen anders als das, was sie sagen. Aber, okay. Aber ihr seht schon, das ist alles ordentlich vertont sogar. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Äh. Okay, es ist nicht alles vertont, aber so die Hauptsätze wahrscheinlich. Und ihr könnt das hier auch schneller drücken, den Text. Diese Haut ist... ...irgendwie gruselig. Aber ich bin so richtig unter frage. Oh, weh... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah! 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 Hey! Hey! Okay, dann leg mal los. Oh, ist es nicht schön. So soll es wieder sein. Ja, ist er, der Goof Master. Und, äh, ist das Elsa, Anna? Eine von beiden war sie eben. Vajana haben wir, äh... Donald, Wally und alle. Oh! Was ist los, Dagobert? Das Scherenie. Das wunderbare Scherenie. Wo es so lecker Steaks gibt. Äh... Okay, erzähl mir mehr. Okay... Okay... Uh... 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 Oh... What? Ich glaub, der meint nicht. Uh... 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 So, okay. Bewegung und Interaktion. Uh... 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 Zentrieren. Okay, ihr könnt, äh, den rechten Stick, äh, reindrücken. Und dann wird's wieder zentriert. Alles klar. Rumlaufen. So weit, so gut. Versuch das Haus zu betreten. Aufgaben. Wenn wir Minus drücken. Ah! Guck dir mal. Aufgaben. Willkommen im Dreamlight Valley. Versuch das Haus zu betreten. Ist klar. Da sehen wir also unsere Aufgaben immer. Dann haben wir hier Sammlung. Äh... Da sehen wir noch nichts. Aber... Guckt mal. Da, da gibt's... Schließe Freundschaften. Ja. Remy. Ariel. Okay, da war das Anna vorhin. Und nicht Elsa. Egal. Eine von beiden. Ich verwechsel die. Ah! Guckt mal wer da ist. Da freut sich einer hier neben mir. Nämlich mein... Lass mal hin. Ja. Da ist er. Mein Büschbuffi. Den ich mitgebracht habe aus Paris. Der sitzt nämlich hier an meiner Seite. Und überwacht das Ganze. Okay. Mickey Mouse und Minnie Mouse. Und, äh... Ja. Da wird's also dann mit der Zeit noch mehr geben. Ihr seht. Ne? Da gibt's viel zu tun für uns. Lockeres weißes Hemd. Egal. Äh... Karte. Guckt mal. Da sehen wir schon, wo die anderen sind. Da ist zum Beispiel da. Hubert. Sonnige Ebene. Kann man das mal hin? Rauszoomen. Ein bisschen schneller bitte. Danke. Ihr seht, äh... Da gibt's noch genügend zu tun. Und ist auch ordentlich Platz noch für zukünftige DLCs oder Sachen. Hier, äh... Das kann man auch als Animal Crossing, ne? Verschiedene Aufgaben und so. Dann gibt's so... Blub, blub, blub. Und, äh... Was haben wir denn hier? Wir gucken erstmal hier alles schön durch. Da. Event. Das, was ich gesagt habe. Ihr habt... Was ist das? Eieieiei. Trifft die Dorfbewohner. Schließe Pflichten ab, Magen zu verdienen. Gib Magen für exklusiv Belohnungen aus. Bevor das Event vorbei ist. Und dann kriegst du Kram. Okay. Also... Mondstein. 800. Pixarfest. Aufgaben. Äh, äh, äh. Belohnung. Gibt's denn hier? Ja. Interessant. Wir werden mal gucken. Hier noch die typischen Einstellungen, die wir vorhin auch hatten. Äh... Was letztlich... Okay. Gut. Dann, äh... Gucken wir mal, dass man hier rein kriegt. Komm. So. Da bist du ja! Haha! Ahh... wildlife riding ste Eier soit. Ahh... G demás! Oh, man. D Rita! Baby ribarium! Dann mal du jetzt! Ah! Dahnuid! Dahnuid! das wird jetzt wahrscheinlich meine neue unterkunft die sicher auch ich ziehe immer mal animal crossing als vergleich das kennen viele wir starten mit dem kleinen haus und gut er ist vielleicht nicht ganz hier der nook des disney universums das ist dann vielleicht der adagou aber er hilft uns jetzt hier erstmal beim einziehen so spreche ich mit entferne die nacht wie mache ich das noch mal einfach mit a ja ok also hier müssen wir bedenken dass später weil ich habe meine frau das schon angespielt habe schon mal ein bisschen mit zugeguckt was ist das hier auf dem tolle sachen sammlung ja 18 ok ja und da habe ich mir schon mal ein bisschen anguckt und wenn wir draußen sind da gibt es schon ein bisschen verspäteten grafikaufbau und so ein kram aber aber das ist halt noch early access da ändert sich hoffentlich dann auch noch ein bisschen was dran aber bisher so läuft es eigentlich ganz flüssig ok was haben wir hier im lager besser das haus und mehr lagerplatz haben da steht schon wir können das haus ok ok das immer weiter da kann man sein erweitern wie machen wir das also ihr werdet hier das sehen wir dann später wahrscheinlich auch noch natürlich die typischen free to play mechaniken finden hier kaufe zeug damit es schneller geht und so weiter aber es soll wohl laut hersteller nicht kein pay to win sein wir sind gespannt ok also machen wir hier das wird das wird durch den fortschritt schon weiter geschaut das war ein inventar das haben wir gerade genommen das ist klar machen wir hier die garderobe da haben wir derzeit gucken was wir alles haben barfuß nehmen wollen wir nicht ja die haben wir gerade ja jetzt sehe ich eher aus wie einer der in der bush sitzt naja was haben wir hier noch an möbeln auch mal alles ja ich ja jetzt noch nicht so viel kaputt und verschmutzte fließböden ok wir fragen einfach mal merlin was man machen soll ja ja so okay jetzt habe ich zu schnell gerückt auf jeden fall findet das die richtige einstellung so im popschutz mal ein bisschen oder mal damit ich was sehe oh da hat mir schon was gegeben energieschub achja da öffnet das aufgabenmenüme das haben wir ja vorhin schon gesehen ne willkommen im dreamlight whirli okay dann was haben wir denn erst aufgaben setzen so das haben wir erledigt kann man hier schon irgendwas machen ändern die musik vielleicht das klingt doch gut und wenn du es hier vielleicht mal hier kommen wenn man einmal wenn man so vielleicht ein bisschen Ja, das ist doch schon fast ein Hidden Mickey, die Lampe da. Kleiner Disneyland Insider. Da gibt es ganz viele Hidden Miggis, so Figuren, also großer Kreis und zwei Kleinen, das aussieht wie so eine Mickey Mouse Silhouette. Sie sind überall dort versteckt. Vielleicht findet man hier auch welche. Wir halten mal die Augen offen. So, wir sollen jetzt zum Platz gehen, ne? Wie, wie? Moment ja, hat man eine Karte? Da. Wir sind da und sollen sicher... Ne, Hauptplatz hat er gesagt, gell? Da hin, also zum... Da, Gobert? Zeigt er uns das jetzt an? Ah, auch gut. Er zeigt uns... Moment, ich muss hier... Was haben wir denn hier? Ah, das ist doch noch schon wieder geschrieben, ja? Hä? Ne, ich... Ich wollte an... Oh, ist der jetzt reingegangen? Ich wollte doch an meinen Briefkasten, weil der hat doch da irgendwie geleuchtet. Da ist doch sicher was Tolles drin. Ja, wir machen das erstmal weg. Da, ja. Oh. Geld. Also es gibt hier aber verschiedene Währungen, glaube ich. In dem 30 Euro Paket, was ich hier gekauft habe, da gab es glaube ich 8000 Mondsteine oder so nennt sich das. Nehmen wir mal das Was ist das mit? Was ist das? Was ist denn das? Grausch! Gießkanne freigeschalten. Und da hab ich doch auch noch was gesehen. Öffne das Werkzeug mit ZR und wähle die Gießkanne aus. Zum... Richtig. Gießen. Die Kamera nervt mich gerade noch ein bisschen. Was ist hier drin? Tolle. Tolle Wurst. Ja, die Kamera ist noch ein bisschen. Kann man die Moment mal. Kann man die vielleicht noch einstellen, dass sie vielleicht ein bisschen weiter weg ist? Äh... Ne. Ach ja, guckt mal. Da kann man ja uns das erklären. Kamera. Alles wahrscheinlich zum Foto machen. Okay. Steuerung. Mal vielleicht aus. Geht's vielleicht jetzt besser. Hä? Das geht's gar nicht mehr. Hä? Ne, ich andere. Aber ja. So, dann gehen wir hier lang. Ah, vielleicht bräuchte ich da meine Hacke, um da hinzukommen. Äh... Hacke dicht. So, wir gucken jetzt mal. Was ist denn da drin? Genau. Genau. Das ist das Gründerpaket-Basisspiel. Das kriegt ihr zum Beispiel, wenn ihr hier die, äh... Die 30 Euro Version vom Early Access euch klickt. Und drauf werft das Geld. Dann kriegt ihr diese tollen, äh... Sachen hier. Klamotten und 8000 von dem Mondstein. Wenn ihr die teuren Pakete kriegt, dann kriegt ihr noch ein paar mehr Klamotten, ein paar mehr Möbel und ein paar mehr von dem Mondstein. Aber, äh... Ja... Brauchst es nicht. Glaube ich. Ihr kriegt da ein paar exklusive Sachen, die es dann wohl später bei dem Free-to-Play so nicht gibt. In der Form. So habe ich das verstanden. Ja. Ich habe das jetzt mal eingefordert, weil das steht mir schließlich zu. Und, äh... Wenn er kein, äh... Von dem GameLoft-Account, den wir am Anfang gemacht haben, wenn er kein, äh... Anlegt, dann sagt er euch nochmal, äh... Wisst ihr nicht, war hier, äh... Ja... Hin und her. Und, äh... Ja. Passiert ihr noch was? Habe ich das jetzt? Ja, das habe ich. Okay, ich muss mit B zurück. Das ist natürlich auch... Hätte eigentlich... Naja, egal. Äh... Was ist denn das hier? Moment, wir wollen doch... Wollen wir gleich mal gießen hier. Kann man jetzt mit... Ach, mit Y. Da steht's. So. Guck dir mal. Einwandfrei. Äh... Dann machen wir mal wieder... Oh. Geht das schon? Kann man schon ein Foto machen? Foto? 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 Ah, ja. Ja. Selfie. Nihihi. Äh... Okay. Machen wir später. Äh... Wir gucken jetzt mal ein bisschen rum. Machen wir den Kram hier weg. Das sieht ja aus wie die Hülle, ja. Und, äh... Das Geld brauchen wir dann sicher... ...zu, äh... Wichtigen Sachen. Einkaufen, wahrscheinlich. Da haben wir, glaube ich, einen, äh... Karottensamen gekriegt. Und ihr seht, oben links ist, äh... Äh... Keine Energie mehr. Wir gucken mal. Ja, hier... Ihr seht, äh... Äh... Das... Das ist noch ein bisschen ruckelig. Im... Im Hintergrund, ne? Wenn sich's aufbaut. Aber, wie gesagt... Das, äh... Da schaue ich mal drüber hinweg. Weil, das ist ja Early Access. So. Hallo. Onkel Dagobert. Sag mal. Hast du, äh... Eventuell... Geld für mich? Einen schönen Tag noch. Hi. Hm. Hm. Äh... Was hast du denn gemacht? Hm. Ah. Ah. So. Schieß los. Aha. Okay. So. Öffne die Karte im Hauptmenü. Da wär's vielleicht noch schön, wenn man die, äh... So, so... So ein Shortcut machen könnte. Vielleicht auch ein Sticky-Kreuz oder so. Ja, vielleicht kommt sowas später noch. Auf der Karte siehst du präsentiere Charakter. Die haben Pflanzengebäude und mehr. Schnelle Fortbewegung. Ah. Wir können auch schnell da hin. Aber wir laufen erstmal hier rum. Äh... Aktive Aufgabe. Den Ding einen Sinn geben. Wir schauen mal ja. Ja. Äh... Oh. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Guck mal. Da haben wir doch auch was Neues. Zutaten. Äh... Haben wir nicht auch Klamotten gekriegt? So. Was ist denn hier los? Jersey, kann ich das anziehen? Äh... Wie, 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 wie... Ja, nein. Das ist doch mal eine Sammlung. Äh... Irgendwo war doch auch anziehen dann, ne? Da muss ich doch nochmal gucken. Weil, äh... Wir müssen natürlich coole Sachen anziehen. So. Äh... Sag nochmal, woher ich... Sei gegrüßt, Nachbar. Okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, aber jetzt komme ich ja hier nicht lang. Also brauche ich erstmal die... Die Spitzhacke, oder? Was? Aufheben? Ah! Weg, ja. Ich weiß auch nicht, wie sich die Energie hier wieder auffüllt. Ob das mit der Zeit automatisch geht. Oder ob ich da, äh... Irgendwelche Tänze machen muss. Was ist hier Schönes drin? Geld. Nehmen wir. Nehmen wir. Äh... Sonnige Ebene in die Richtung. Gucken wir einfach mal. Wer ist denn hier? Da ist doch ein wunderschönes Haus. Jetzt bin ich ja wunderschönes... Miki, was hast denn du gemacht? Hallo, du! Oh! Verdammter Chef! Oh, oh, oh! Oh, boy! Ah! Bis ganz bald! Haha! Okay... Miki's Erinnerung! Wir machen ja erstmal ein bisschen sauber, ne? So, weil dann erinnert er sich hoffentlich an tolle Sachen. Kann ich hier reingucken? Was ist denn das? Krieg ich Energie? Ne, was ist das? Was ist das? 8a! Erinnerung! Guckt mal! Guckt mal! Schön beim Jeremy! Was gibt's denn da für ein lecker, feines zu essen? Mh... Sieht auch gut aus! So, das war jetzt deine Erinnerung! Erzähl mal! Ah, hier ist noch so ein Ding! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ah! Ah! Einfach mal beim Che... Warte mal kurz Zeit! ...Chefe reingucken hier! Ah! Nice! Nice! Was ist das? Ist doch auch was besonderes, oder? Noch ne? Noch! Ja! Noch eine! Äh... Hm? Atlantis? Huh! Okay! We will see! Entschuldigung! Dann erzähle mal, Miki! Hey du! Hahaha! Haha! Hahaha! Okay! Aha! Bis bald! Weißt du was? Was öffnet? Was haben wir noch mehr? Wie die Gegenstattung mehr? Ja! Hallo! Ha! Danke Kumpel! Hä? Äh... Ja! Ne, wir gucken hier erstmal... Goofy! Aber Moment! Da leuchtet und klitzert was! Da hab ich jetzt ein tolles Buch gekriegt! Da ist auch noch was! Also schön alles abgeraten! Guck mal! Der Pixar Ball! Äh... Ist das nicht fabelhaft hier! Und? Wie soll ich da jetzt rankommen? Kann ich springen? Ne! Okay! So! Okay! Äh... Sehen wir's später! Beim, äh... In the Stone Meeting! Ich bin gespannt, wie viele von den klassischen Figuren nach und nach hier noch reinkommen ins Spiel! Ja, unsere Energie hört langsam, ne? Dildildildildildild! Warte mal! Da! Aber da komme ich jetzt gar nicht heran, oder? So! A Fuchs? Kopf und... Ach, ne, Fuchs, um Gottes willen, das ist ein Eichhörnchen. Gucci, Cuckoo, ah, jetzt kann ich dir was geben. Was isst du denn gerne? Steine? Ach, ne, Kohlnerz. Komm, kriegst n Apfel. So, nämlich. Und? Ah, ich hab ein Rezept. So geht das. Jetzt muss ich trotzdem gucken, wie ich zu Goofy komme, ja verdammte. Nochmal. Da. Hier brauche ich überall die Axt. Da geht es doch schon los. Vielleicht soll ich da runter, weil und so. Da ist sicher Goofy's Hütte. Aber da komme ich ja nicht hin, weil hier alles so weit so schlecht. Das ist die, nicht Axt, die Hacke hier. Hacke dicht. Die Bubs sind hier. Oh. Ah. Jetzt. Bam. Jetzt reden wir doch her. Also ihr seht, ihr werdet nicht gleich schwer hier reingeworfen. Es geht alles schön nacheinander. Und jetzt kann ich hier Bam. Das kaputt machen. Neues Rezept. Kopfschäme. Hier, wir ernten das mal. Mal gucken jetzt. Müsste sich auch meine Energie bald mal. Weil oben ist schon hier. Böp, 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 böp. Da gehen wir mal hier hin, dass wir zumindest zum Goofy kommen. Da. Aha. Wie man mit der Schöpfung umgeht. Und Energie ist klar. Bla, bla, bla. Ah. Also entweder wir essen was. Äh. Moment. Wir haben ja hier. Dö, dö, dö. Auch hier nicht. Wir haben drei Äpfel auf hier sammelt. Kann man die nicht auch essen? So. Waren das Zutaten? Ha. Oder wir sollen. Ach. Haben wir hier schönes. Das Erz oder sonst was. Ich habe gesagt, wir wollen mal zurückgehen ins Haus. Dann kommen wir auch hoch. Ich wollte mal gucken, ob wir hier schneller laufen können. Aber. Ach so. Mit X. Klar. Mit X machen wir unsere Dings. Und da können wir uns auch umziehen. Das ist jetzt. Wir gehen mal da rein und machen das. Weil. Wie komme ich jetzt zurück? Ja. Weil. Da wird ja unsere Energie auch aufgefüllt. Hat er ja gesagt. Wenn du im Haus bist. Oh. Ist gleich wieder ganz voll. Perfekt. Dann. Ne. Alter Knopf. So. X. Dann gucken wir mal, dass wir uns umziehen. Dann will ich jetzt nämlich hier mal. Was? Oh. Du kannst hier auch selber was machen. Eieieie. Ich sehe, hier ist noch Potenzial. Guck mal hier. Jersey. Mickey Mouse extra war ganz ah. Oh Gott. Sieht ja bei mir aus. Ihr Umstandskleidung. Aber egal. Das ist cool. So. Das lassen wir an. Hass mich nicht nur, weil ich schön bin. Sag ich da mal. Was? Wer es tragen kann, oder? Na? 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 So. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Wir wollten doch eh mal hier hinten lang. Mal gucken, ob das noch da ist. Das Teil von vorhin. Ja. Es liegt hier noch rum. Und die Sachen, würde ich sagen, auch alles schön hier einsammeln. Zwischendurch mal was wegmachen. So. Ja, wenigstens müssen wir, um die wegzumachen, die Hacke nicht wegräumen. Wie kommen wir weiter in der Handbehalt? Machen wir das ja mit Magie machen. It's magic. So. Goofy. The Goof Master. Ich komme jetzt wieder rüber. Ich nehme an, dass das deine Hütte ist. Da ist er. Bam. So. Ich sage mal, die 30 Euro für das Spiel haben sich schon gelohnt. Denn da ist... Okay, also. Wir angeln. Oder müssen jetzt seine Angel finden. Wir machen jetzt natürlich aber erstmal halt... Erstmal... Ein schönes... Selfie. Moment mal, wir können hier noch... Was können wir hier noch machen? Weiß keiner. Ist das jetzt irgendwo gespeichert? Was ist denn hier hinten? Ach, eine Erinnerung. Aha. Ja. Okay. Wir kommen der Sache näher. Ich muss jetzt trotzdem mal gucken. Da sitzt er doch. Komm, doch mal nochmal ein schönes Früher. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Ja, bleib da mal sitzen. Oh, das ist gut. Das ist super. Aber ist das jetzt irgendwo gespeichert? Aber ist das jetzt irgendwo gespeichert? Das ist doch das Wichtige, was man jetzt rauszufinden gilt. Äh... Ah, guckt mal. Reperriere Häuser. Äh... Verbesser. Vajanes Boot. Freundschaft. Mache Bilder. Okay, also zwei Bilder haben wir schon gemacht. Und anscheinend gibt es da auch tolle Sachen. Aber wo kann ich sie mir angucken? Inventar... Da musst du ja... Irgendwo musst du hier... Ah, okay. Das hier ist verschiedenmodisch. Ist klar. Äh... Ich finde das noch raus. Wo, äh... mein Foto mit Goofy ist. Das kann es ja wohl nicht sein. Charaktere. So. Oh, was ist noch da? Hä? Ach, die Freundschaftsstufe wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, gut. Dann soll ich hier nochmal gucken. Ist hier noch irgendwas? Also, Kühlschrank hier. Neue Rezepte. Dann, äh... Was hat er gesagt? Äh... Angelexpedition. Warte mal. Hilf Goofy wieder ins Geschäft. Wir finden Goofy auf der Wiese. Angeln. Wir finden Goofy zu Glücks. Angel auf der Wiese. Okay. Also, wir gehen das erst mal... ...die Angel holen. Auf der Wiese. So. Dann ist das ja sicher hier die Wiese, oder? Dann machen wir hier mal... Bisschen Platz. Ja, das ist sicher sein cooler Stand gewesen hier. Halt. So. Da. Das nehmen wir auch mit. Oh, ne Erinnerung. Ja, alles was glitzert. Anfassen. Einpacken. Mitnehmen. Okay. Was ist denn hier? Ach, da müssen wir dann sicher später angeln. Aber wir müssen erst mit die Angel finden. Hier, das nehmen wir auch. Wird auch geerntet. Da ist sie doch. So. Wo bist du? Goofy? Goofy? Hä? Bin ich... Wo ist er? Ey, da unten ist er. Das schlägt doch rum hier. So, aber guckt mal. Da haben wir unser... ...unser Magic... ...Zeige-Ding. Guck mal, was ich hab, Goofy. Oh. Ja, geht der Röscher. Ja. Immer schön bescheiden sein, ne. Oh. Krass. Ich würd's kaufen. Sag dir jetzt es. So. Dann setzen wir jetzt natürlich unser schönes Geschenk noch auf. Halt-Tipps und gedrückt, um die alleine auszuwerden. Okay. Neu-Kleidung. Komm, die probieren wir gleich mal aus. So. Einwand frei. Einwand frei. Ich saß ja mal wieder. Äh... 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 Angel war da. Das ist bloß die Frage, wo ist er hin? Da ist er. Da ist er doch. The Goofmaster. Lass mich mal hier... Was? Halt-Y gedrückt und line auszuwerden. Ist klar. Ziele auf die Wellen, um sicher zu sein. Was? Ziele auf die Wellen. Also auf die Bubbelkramen da. Drücke A jedes Mal schnell, wenn der Kreis grün wird. Und... Okay. Äh... Dann probieren wir das doch mal aus. Y-Kleidung. Ah, okay. Wir halten gedrückt und... Ja, da guckst du, gell? Vicky. Ich hab keine Ahnung. Alter. Ich seh nix. Äh... Also, wenn wir Y gedrückt halten, geht der Pointer, die Landezone, von uns weg. Und je länger wir gedrückt halten und so weiter, wirft er aus. Gut, dann machen wir es mal so. Da sehen wir es besser. Ja, ein bisschen daneben. Schön, dich zu sehen. Ja, toll. Ja, toll. Das ist natürlich... Darfst du natürlich auch nicht ständig mehr im Weg rumlaufen. Warum wirft er so daneben, ja? Ah, okay. Alles klar, alles klar. Wir müssen aus Wart tönen. Ne? Schreien wir mal auf. So. Was? Ah, ich hab keine Energie mehr. Aber wir können ja auch einfach einen Apfel essen, oder? Essen. So. Gucken. Bam! Abarsch! Gleich noch mal. Ah, nur zu weit hier. Noch einer. Da muss ja irgendwo ein See sein. So, das machen wir mal weg hier. Komm, wir probieren es nochmal. Ja, da guckst du Kuki, gell? Okay, ich glaube das reicht. Okay, das haben wir geschafft. Machst du den jetzt auf den Laden, oder was? DAKCO KG. Wir reparieren alles, wenn sie uns bezahlen. Was muss ich denn jetzt machen? Hilf Kuki, aber wie denn? Angelexpedition? Ach, benutze das. Okay, das haben wir alles schon gemacht. Und es geht von unten. Alles klar. Neue Sachen kommen oben dran. Benutze das Schild mit der Gebärden. Und Kuki ist vergangen. Na dann. Hallo? Ja dann. Ah, okay, also. Ah, einmal frei. Einmal frei. Okay, die Kunst Sternmünze zu verdienen. Sei im Teil aktiv, ist klar. Sammler Ressourcen. Verkaufe auf Goofies. Verkaufs schon Dinge, die du nicht brauchst. Gut. Dann, äh... Hey du! Verkaufen. Ne, äh, ich wollte verkaufen. Warte mal. Verkaufen. Was haben wir denn schönes? Die andere hier Steine haben wir doch. Wie Hund gekriegt. Warte mal. Da kann man doch... Ist natürlich... Das Plus und Minus sieht aus wie, äh... Plus und Minus auf dem Pro Controller. Wenn ich da drücke, tut sich nichts. Das müsst ihr dann, ähm... Mit einem Steuerkreuz machen. Entweder Digi oder mit... Das ist auch interessant. Wenn er, äh, mit einem Analogstick... Links, rechts macht. Hört er das? Klickt das. Wenn er mit einem Steuerkreuz macht, mit einem Digikreuz... Gibt's kein klicken. Ist ja... Ist ja verrückt. Äh... So. Hab ich dir das verkauft? Ne, gell? Doch. Verkauf... Achso. Ah, man kann gleich mehrere Sachen verkaufen. Gucke an. Äh... Joa... Das ist doch super. Da haben wir schon mal was verkauft. Bis bald. Tschüss. Äh... Da will ihr nochmal rein? Komm mal auf. Geld, Geld, Geld. Ihr müsst ja auch ein bisschen was hier Einrichtung noch kriegen, ne? Wir wollen ja unsere Hütte auch schön machen. Äh... Wir werden hier das aber nochmal... Ähm... Weil wir wollen ja auch... So... Da langen. Weil ich glaube, wir müssen mal langsam unsere Energie wieder ein bisschen energisen. Ja, das geht schon weiter. So... Okay. Ja, ne. Apfel esse ich jetzt nicht. Ich geh mal kurz da rein. Also ihr merkt, wir spielen jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht wie lange. Hätte ich mal gucken sollen vorher. Aber... Äh... Ja. Es ist ordentlich Spielpotenzial vorhanden, ne? Wir haben jetzt noch nicht 20 neue Welten aufgemacht. Aber, äh... Das kommt auf jeden Fall noch. So... Was? Aha. Guck, ich schau. Hier, schön Kufi beim Abendessen. Was jetzt Dagobert dort vorhat mit dem Kleid? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht, äh... Gibt es Sachen, die, äh... Die uns einfach nichts angehen, ne? So... Was? Oh, ich freue mich so, dich zu sehen! So... Danke, Kumpel! Sei gegrüßt, Nachbar! Ah... Ah... Freue, rechten Dank! Jetzt ist die Frage... Hallo! Aha... Aha... Okay, wir haben 1061, äh... Taler. Mh... Ja, komm! Wenn ich bei Dagobert investieren, wo sonst? It's magic! So... Äh... Darf ich dann doch gleich mal rein? Ich weiß zum Beispiel nicht, was wir mit den Mondsteinen, die wir da auch gekriegt haben, die Achtungen und sowas, was wir damit kaufen können. Auch vielleicht, äh... Wird uns das alles noch erklärt. Weil ihr seht, wir... Wir scratchen gerade mal an der... An der Surface. Oh! Da kann man Zeug kaufen! Sprich mit Dagoberto! Hallo! Sei gegrüßt, Nachbar! Oh! Ja, toll! Nimmst du mir das tausend ab? Aber ist okay! Äh... Ja, vielen Dank! Bist du schon was Schönes hier, Goofy? Ja, natürlich ein Rechner, ne? Ah! Wichtig! Wichtig! Käfsche! Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, ja. Einen schönen Tag noch! Ja! Hehehe! Auf Wiedersehen und bis bald! So! Die... Oh! Kriege ich die geliefert? Wahrscheinlich, oder habe ich die dabei? Na ja, ich guck mal in unser Dings rein. Also ist das hier? Ah! Ja! Öffnen! Das haben wir noch gar nicht gesehen hier! Merlins, äh... Paket! Ja, äh... Schokokekse! Leute, warum sagt mir das gar nicht, dass ich Kekse habe hier? Ey, da hätte ich doch schon längst hier... Mit dem... Rampepolle... Äh... Ja! Sei gegrüßt, Nachbar! Hm! Haha! Also... Hervorragende Arbeit! So! Ihr wisst, das ist ein Fass ohne Boden hier! Äh... Aber! Wir haben... Jetzt Kaffee! Damit wird alles besser! Äh... Ist hier noch was? Ja, natürlich ist hier noch was! Geld... Oh! Das Inventar ist voll! Das heißt, äh... Wir werden... Was ist das eigentlich? Ach! Hä? Ach! Guck dir an! Äh... 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 Ne... Warte mal! Ich will erst mal hier... Das Inventar... Was sagt mir das Kader? Kleidungsbeutel! Da sind neue Klamotten drin! Der Dummesruder ist erst mal hier... Rucksack! Naja... Ist ja nicht mal Lounge frei! Äh... Da... Wollen wir jetzt aber erst mal... Lockeres blaues Hemd! Na Mensch! Wenn das nichts ist! Nein! Ich will das jetzt nicht! Ich... Möchte... Äh... Weiter gucken! Ojo! So... Ne... Das probieren wollen wir es nicht! Wir wollen weiter... Auspacken! 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 In jeden... Siebten... Äh... Kleiderbeutel! So... Guckt mal! Schwarzer Mini-Rucksack! Das ist doch Lounge frei! Darf ich das sagen? Ist das Werbung? Ne, gäh? Das ist einfach nur... Äh... Ne Tatsache! Äh... Wenn ich die verkaufe... Krieg ich doch sicher 800... Taler! Oder was dafür? Rotes Mickey Ohrenstirnband! Okay... Dann... Ja, geh weg! So... Ich muss sagen... Oh... Klasche Goldreiben! So... Die Charaktermodelle und so ist alles recht fein geworden, ne? Da kann man nicht meckern! Äh... So... Jetzt haben wir nämlich auch gleich hier ein bisschen Platz! Jetzt gucken wir noch in die letzte rein! Vielleicht ist da mal was cooles drin! Hahahaha... Nein! Zieh ich jetzt nicht an! Das mache ich zu hause alleine! Äh... Oh! Was ist denn das? Viertausend! Sein gegrüßt Nachbar! Ah! Monster G! Nicey nice! Auf Wiedersehen und bis bald! Was ist das? Also... Okay... Nö... 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 Das ist einfach nur so... Oh! Was denn hier? Einen schönen Tag noch! Ralf reicht's! Na Kate! Naa... Da reich mich doch der Fahrer schon auf! Gib her das Ding! Auf Wiedersehen und bis bald! So... Den Tisch könnt ihr natürlich auch gebrauchen! Der sieht auch gut aus, oder? Ist das hier? Ursula? Stimmt! Sei gegrüßt Nachbar! Ja, ja, ja! Ok... Ok... Dann, äh... Was kostet denn der Rechner? Einen schönen Tag noch! Äh... 288! Na gut! Ich werde mal ein bisschen Geld verdienen! Und dann komme ich wieder! Und mit dem Rechner noch! Jetzt guck ich erstmal nach Hause! Dass wir da äh... Was einrichten! Erstmal mal Kaffee... My Kaffee Maschine! Hinstellen! Dann gibt's schöne Espresso! Und dann äh... Geht's wieder... Warte mal... Wo... Wo hab ich berohnt? Da... Hier muss ich auch mal ein bisschen... Sieht aus hier, ey! Und Geld gibt's ja auch dafür! Also... Wie viel ist denn das immer? Neun! Ok... Also unterschiedlich! Wahrscheinlich die Größe! Mit dem was wir hier weg machen! Ja... Energie haben wir noch! Guck mal... Hat auch gleich geerntet! Alles mitnehmen! Alles mitnehmen! Das... Guck mal... Kommt das nicht kaputt haben? Doch! Äh... Du 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 du... Du 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 du... Du 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 du... Du 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 du... Du 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 du... So... Ah ja, weil ich den Briefkasten grad gesehen hab... Wenn ihr das äh... Early-Exit-Starter-Paket kauft... Ihr habt ja gesehen da... Da gab's ja so... Hier Extras wie... Mondsteine und Klamotten... So exklusive Kram und so... Das gilt... Für jeden... Der äh... Für jeden Account den ihr da auf eurer Switch habt... Also äh... Den Hauptaccount hier wie ich und äh... Meine Frau hat ja auch eine Account angelegt... Auf der gleichen Switch... Die hat das auch alles gekriegt... Also können verschiedene Leute... Können das nutzen... Auf der Switch... Jeder kriegt den Kram... Müsst ihr nicht mehrmals kaufen... Das ist schon mal gut... So... Äh... Und nun? Kommt das per Post oder... Hab ich das dabei? Ach ne... Möbel sichern oder? Notwendig... Da ist hoffentlich die Kaffeemaschinen dabei... Ja... Seht ihr? Notwendig... Äh... Dann stellen wir das mal... Warte mal... Was? Ach da... Okay... Wichtig... Warte mal... Kamera drehen... Äh... Gegenstand drehen... Äh... Und einfach... Mit A... Ja... Okay... Wir müssen hier... Oh... Wir haben hier nämlich so coole Sachen noch... Guck da mal... Eine Couch... Die muss doch unbedingt hier mit hin... Moment... Äh... Drehen... So... Äh... Wo machen wir die am dümmsten hin jetzt? Wie drehe ich denn... Die Kamera... ZR... Ah... Okay... Ich glaube wir machen wir hier schön vor den Kamin... Äh... Ich... Ich wollte ja eigentlich kippen... Die Kamera... So... Äh... Äh... Ich... Hä? So... Ah... Jetzt... So... Also... Das machen wir mal... Das natürlich... Kann man den auch nehmen dann? Weiß ich nicht... Oder machen wir den hier hin? Ach ja... Machen wir das erstmal hier hin... So... Kann man den... Ja... Den kann man nämlich auch verschieben... Ja... Dann machen wir den nämlich vielleicht mal... Hier hin... Drehen den... Genau... So... Das... 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 Ja... Schade... Ich wollte ihn direkt da hin stellen... Aber dann machen wir es halt da hin... Äh... So... Was haben wir noch? Wir haben... Äh... Dreieckigen Couchtisch... Hier drehen das mal... So... Äh... Das sieht doch hier aus wie... Wie gemalt... Äh... Noch einen schönen Sessel... Den machen wir... So... Jaja... Die Hütte wird ja auch irgendwann mal größer, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Ah... Ich habe das wieder rückgängig gemacht... Mit L... Mit R... Das ist nicht gut... Dann muss ich das nochmal... Hinstellen... Mann... Äh... Ihr seht... Macht das nicht... Das ist äh... Dumm... Äh... Äh... So... So... Ah... Das sieht ja... Fein aus... Komm ich... Ah... Glückwunsch... Aber ich würde sagen... Moment... Wir machen das mal anders... Das... Das Radio stellen wir mal... Vielleicht... Hier zu uns... Dann können wir... Äh... Moment... Möbel... Das... Kann man das hier hinstellen? Kann man das da drauf stellen... Warum nicht? Dann stellen wir das... Ah... Das können wir auch hier hinstellen... So... Dann kommt das nämlich... Da... Ach... Die Kamera hier... Da kriege ich doch schon wieder... So... Das nehmen wir... Da hinten hin... Dann kann man nämlich das... Komm ich jetzt vorbei... Mal gucken... Ja... Gerade so... Gerade so... Aber wie gesagt... Die Hütte wird doch irgendwann mal größer... Dann passt das wieder... Ja... Ja... Entschuldigung... Ich... Äh... Ich... Muss hier nebenbei noch meinen leckeren Tee trinken... Um gestärkt zu sein... Damit ich ja... Äh... Weiterhelfen kann... Wir... Äh... Schauen mal... Vielleicht hier... Noch ein bisschen was freischalten... Figuren oder so... Denn... Was... Was sagten die... Äh... Wir können wahrscheinlich auch größer machen... Ne... Aber wir wollen ja erstmal... Okay... Der Chef ist wieder da... So... Ja... Haha... Bis ganz bald... Haha... Na... Ja... Ja... Ist gut... Bis bald... Ja... Tschüss... So... Mach hier mal ein bisschen sauber... Ich glaub der müsste... Ich hab da auch noch den Arcade-Automaten... Aber kein Platz... Ja... Dann müssen wir erstmal gucken... Dass wir die Bude ein bisschen größer machen... Dann stellen wir uns den Arcade hin... Aber wir müssen jetzt natürlich auch... Das ist alles so... Alles so viel... So spannend... Äh... Äh... Wir... Guck mal hier... Was kostet mal Damputin... Mh... 200... Ist natürlich auch... Nice... Ne... Aber wir müssen erstmal unser Geld für... Äh... Sowas ausgeben... Sei gegrüßt Nachbar... Ah... Ah... 288... Reicht nicht ganz... Was ist das? Oho... Hier kann ich... Äh... Mich verletzen... Zauberdrang... Und vor... Ich hab grad Verunstaltung gelesen... Aber Verzauberung... Traumscherben... Ah... Ist das... Äh... Hier? Was... Was kann man da machen? Kopf... Äh... Äh... Wurde mir gesagt... Von... Äh... Leuten... Was ist denn da noch? Ah... Ist das ein Käpt... Ah... Was ist los? Hmhm... Ah... Krasses Shirt... Freundlich... Krasses Shirt... Wo ist es hin? Da ist es... Ja? Hallo? Ist das jetzt... Unter dem Pullover oder... Unter... Unter meinem Ding oder? Hä? Das ist jetzt... So... Das auswählen... Und A drücken... Wahrscheinlich ist das... Drunter oder? Da muss ich mal gucken... Da muss ich mal gucken... Garderobe... Alles... Den Jersey ausziehen... So... Oh Gott, ey... Schön in die... Schön in die Jeans gesteckt... Wie sieht das denn aus? Was hier wieder los ist, ey? Okay... Aber ich... Äh... Gesehen hier gibt's noch was... Oh... Will ich haben! Aber ihr habt von mir gehört... Oh... Ist das krass... Oh... Auf Wiedersehen... Und bis bald! Was ist das? Äh... Ne... Lass mal... Freundlichsten Dank! Was ist das? Sei gegrüßt, Nachbar! Ja, ne... Okay... Dann gehen wir erstmal raus... Wie geht's dir heute? Äh... Warte mal... Ich werde mal hier... Ach... Das hier... Können wir vielleicht auch noch besser lösen... Dass wir das schneller... Äh... Auswählen können... Wir... Wollten... Komm... Wo ist mein Basecap hin? Da... So... Äh... Haben wir sonst noch was hier? So... Jetzt seh ich schön aus wie ein... Wie ein Disneyland Tourist hier... Hahaha... Und immer die Hake dabei! Wenn man mal wieder am Ride sich nach vorne drängeln will... Ist es gut eine Hake dabei zu haben... Da sind die Leute gleich viel Kompromissbereiter... Ne... Guuuut... Dann... Äh... Mache ich jetzt mal Werbung... Ja... So... Das mal weg... Oh! Da ist er! Ihr seht auch was ich sehe, oder? Jetzt werde ich zum Gut leer! So... Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher... Ah... Hier kann ich auch gleich was pflanzen! Gucke ich auch! Aber wir machen erst mal... Das Anvisieren müssen wir noch ein bisschen üben... Aber äh... Es wird ja hier so... Okay... Passt! So... Dahin ist da sicher auch noch was... Tolles! Na komm! Kann ich das noch buddeln? Oder... Habe ich zu wenig Energie dafür... Ich glaube es könnte zu wenig Energie sein... Ne... Reicht grad noch so... Oh! Klamotten... Ne... Was? Achso... Doch Klamotten schon... Ich habe jetzt grad was hier gepflanzt... Komm da... Da komm mal her... So... Äh... Dann gucken wir mal... Was wir hier in der... Tollen... Dings drin haben... Was? Ja... Ist äh... Kann man verkaufen... So... Ja ich soll Werbung machen... Was denn hier? Ach... Äh... Bau 5 Gemüse an... Da... Einen haben wir... Entfernen 4 Nachtdorn... Der andere 3 Früchte... Früchte haben wir da auch schon... Haben wir doch... Oder? Haben wir doch schon gemacht... Früchte... Drei Fische fangen... Aber... Hä? 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 Haben wir doch schon eigentlich hier... Gemacht... Naja... Äh... Gehen nochmal schnell... Und so frisch... Und dann gehen wir... Äh... Werbung machen... Ich weiß auch nicht wohin... Ist ja keiner da... Den ich ja was erzählen kann... Hm... Das sieht aus hier... Wie bei Hardis unterm Sofa... So... Äh... Was ist mit dir? Das ist schon wieder was? Ja komm her... Ich hab noch einen Apfel für dich... Soll jetzt ein Keks sein... Komm... Du kriegst jetzt... Da... Ernsthaft? Ich krieg nicht mehr einen super... Hyper... Mega... Krassen... Du hast einen verdammten Schokokeks von mir gekriegt... Junge... Was ist das? Wo kommt das her? Warum? Ha... Ich hab keine Ahnung... Aber äh... Es ist in Ordnung... So... Oh! Der Astro Luke macht Ring Fit Adventure! Das tut mir leid... Ne... Viel Spaß! Ich müsste auch mal wieder... Aber... Äh... Es ist... Ihr seht ja... Ich... Ich muss... Ich muss hier Sachen für Goofy erledigen... Ne... Man muss halt manchmal seine persönlichen Bedürfnisse hinten anstellen... Wenn es darum geht, Goofy zu helfen... So... Ich glaub ich muss gleich wieder... Also ich hoffe, dass man auch äh... Später ein bisschen mehr Energie bekommt... Also längere Ausdauer... Ich mein ich könnte jetzt was essen und so... Aber... Jetzt geht's auch noch... Ich bin ja hier... Nah... An... An meinem Haus... Da kann ich immer mal kurz reinhucken... Aber... Äh... Ja... So... Hm... Grafikaufbau... Aber wie gesagt... Early Access... Da seh ich mal... Äh... Was ist denn da los? Ach... 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 Du hast deinen Zwickau auch lange nicht mehr geputzt... Jetzt doch schon nichts gesehen... Wo bist du denn? Da ist Goofy... Sei gegrüßt Nachbar... Weichholz... Auf Wiedersehen... Und bis bald... Suchst du nach Holz... Im Menü Sammlung... Findest du weitere Informationen... Okay... Äh... Weichholz... Auch... So... Wetter gehört... Walter Tapferkeit... Hauptplatz... Also... Ja... Ich weiß... Das ist Erde... Ich will trotzdem mal gucken... Wo es das gibt... Weichholz... Vergessenes Land... Hauptplatz... Am Hauptplatz... Müssen wir das auch kriegen... Friedliche Wiese... Gut... Wir gucken jetzt trotzdem... Was wir das machen... Den hier... So... Jetzt reicht es nämlich auch... Die Firma langt... Jetzt gehen wir Weichholz... Weichbirne holt... Weichholz... Wir müssen auf jeden Fall gucken... Dass wir... Äh... Irgendeine... Neue Welt... Oder so... Freischalten... Äh... Weichholz... Weichholz... Kann ich hier irgendwas kaputt... Dämmeln... Oder... Hier... Da ist... Ist da Holz... Ist da Holz... Ist da Holz... Kann man doch gar nicht erzählen... Dass das kein Holz ist... Ach ne... Jetzt ist eine Hütte wahrscheinlich... Die man aufbauen kann... Was ist das? Ja... Aufheben... Ja... Aufheben... Das war jetzt... War jetzt Erde... Oder? Ich gucke mal nach... Erde... Ja... Weichholz... 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 Ne... Ich... Guck nochmal in die Aufgabe... Drücke bloß... Und dann... Sammle Weichholz... Rund um das Dorf... Gut... Dann... Äh... Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht lang... Ah! Da brauchen wir 5000... Äh... Schnupsis... Was auch immer... Das war... Das war... So... Was ist nochmal hier? Das sieht aus wie... Astronomikus... Wer mag sich dahinter... Verbürgen... Äh... Ah... Ist doch sicher... Merlinshitte, oder? Was n' hier schönes... Ja... Okay... Ah ja... Das ergibt dann wahrscheinlich auch zum Schluss irgendwie Sinn... Nichtsdestotrotz... Nehmen wir das schonmal... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... Oh... So langsam... Brauchen wir auch Platz hier... Wir können ja was verkaufen... Ne... Ne... Sieht ja aus wie Potter... Ja... Vielleicht bei Goofy ein bisschen Kram verkaufen... Ist hier noch irgendwas... Ein Rezept oder so... Was ist das? Eine Erinnerung... Oder? Ein Puzzle... Hä? Buh... Okay... Ansonsten... Ja... Ja... Wir verkaufen mal ein bisschen was... Weil Geld können wir immer gebrauchen... Bei dem coolen Zeug... Was... Dagobert da aber... Eine Importware... In seinem... Späti hat... Äh... Holz... Rund ums Dorf... Warte mal... Hier... Komm ich... Äh... Kann ich den nämlich doch auch hier ordentlich verkaufen... Oder? Jetzt bist du wie das Weichholz aussieht... Eins hab ich ja schon mal... Irgendwie anscheinend... Gesammelt... Ah... Guck dir mal... Jetzt... Das... Das war doch... Äh... Habe ich jetzt... Ist das? Ja... Das ist Weichholz... Ich hab natürlich nicht richtig geguckt... Ach da... Alles klar... Glaub ich seh's... Da... Hier diese... Die Stöcksis... So... Also... Schon mal so ein... Ersteindruck hier... Während ich hier ein bisschen was noch sammle... Das Ding lebt natürlich ganz klar von... Äh... Von... Vom... Vom Setting, ne... Jetzt spielerisch ist es... Ja... Ihr seht... Das übliche... Aufbauen... Sammeln... Äh... Craften... Und so weiter... Aber das Ding, äh... Lebt ganz klar von... Von der Disney-Thematik... Und... Äh... Ja... Wer... Wer Disney-Fan ist, ne... Der... Der kann hier, glaub ich, äh... Ja... Sich... Sich wohlfühlen, ja... Ob er jetzt dafür, äh... Im Early Access Geld ausgeben muss... Ist die andere Frage, ne... Das, äh... Muss jeder natürlich für sich selbst... Entscheiden... Ich meine, ich weiß nicht ganz genau, wann es startet... Es hieß nur 2023... Äh... Ist jetzt auch nicht mehr so lang hin... Was will ich eigentlich hier drinnen? Ich... Wieviel haben wir denn? 8... Wieviel wollten wir eigentlich haben? Warte mal... Wo bist du? Da, Gobert! Wieviel willst du haben? Na, nicht das... Ach... Komm mal vor! Donnerwetter! Ich kann auch Hilfe gebrauchen! So... Ich hab was für dich... Dann... Ei... Was? Gegrillte Gemüseplatte... Okay... Warte mal... So... Hä? Freundlichsten Dank! Ihr habt gesehen, da ist... Äh... Jetzt hab ich ein Voto gemacht... Ich wollte eigentlich hier reingucken... Sammle weich... Sieben von... Zwölf... Muss ich jetzt nochmal... Neu sammeln? Ich hoffe nicht... Ich hoffe das zählt schon... Dass ich die dem gegeben habe... Ja... Aber... Boop... 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 Naja... Guck mal... Da müsste ja noch... Da müsste ja noch was rumliegen... Da... So... Äh... Ein bald ... Keepst du... Cruella... Away! Da... 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 Oh... Was ist denn das? Ja gut... Das... Das bringt jetzt nicht, wenn wir das jetzt schon lesen, weil müssen wir dann jetzt zum Schluss, wenn wir alles haben, ne? Gut, dann machen wir das, das. Ich glaube, ich esse hier auch mal so Äppel. Muss man sich extra nach Hause laufen, dann haben wir ja noch ein paar. So. Dann kann man hier noch ein bisschen Uffräume. So, das Holz nehmen wir mit. Fortschritt der Aufgabe. Äh, ja, aber steht auch nicht, wie viel ich hier hab oder nicht hab. Ich glaube, fünf haben uns noch gefehlt, gell? Ja, zwei fehlen uns noch. Gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch was verkaufen. Nee, du hast eben schon einen Keks gekriegt, Junge. Schön, dich zu sehen. Äh, hier. Ja, du kriegst von mir jetzt noch, äh, uh, guck mal hin, Bernd. Äh, ja, Kohlenerz. Ja, da können wir doch mal ein paar verkaufen. Genau, und was ist das? Bartfaden. Da können wir auch was von verkaufen. So, und schon noch mal ein bisschen Geld in die Tasche. Kann man das größer machen, ja? Sei gegrüßt, Nachbar. Äh, so. 500, okay, also, äh, guck mal, dass wir, äh, weiß mal, dass wir für aggressive Grundstimmung. Nein, nein. Äh, nee, wollte ich nicht. Ich wollte ja hin, das wegmachen. Also, wir gucken, dass wir hier auch 500 Taler zusammenkriegen, dass wir, Gubi, mal, äh, das Geschäft ein bisschen größer machen können. So, dann kommen wir hier nämlich noch, das, 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 sammeln wir mal alles ein. Ne, geht nicht kaputt, gut. Das, das. Wir können ja mal versuchen, dass wir hier was pflanzen, oder? Geht das kaputt? Ah, das geht kaputt zum Beispiel. Okay, also, wir können auch, äh, gedrückt halten, den Knopf. Dann macht er, haut er so lange drauf, bis es kaputt ist. So, wir. So. Und da pflanzen wir jetzt mal. Geht nicht? Ich wollte hier, da. So, da pflanzen wir jetzt mal schöne Karotte. Und, gießen wir auch. So, na, wenn das nix Feines ist. Äh, mhm, mhm. Viel haben wir jetzt eigentlich? Einen noch. Okay. Ein Holz. Ich hoffe halt, dass hier viel, äh, klassischer Kram da reinkommt. Vielleicht sogar hier, Oswald, Rabbit und so, ne? Und auch hier gern Darkwing oder sowas. Die Gummibärenbande. Das wär, Leute. Da, da würde ich sogar für ein DLC bezahlen, wenn er da noch schön die Gummibärenbande reinbringt. Ganz ehrlich. Äh. Uff, ne. Ich bleib bei meinen, äh, Basketballschlappen. Wir brauchen noch einmal Holz. Da ging's nicht lang. Was ist denn los? Oh, ich glaub, ich seh da was. Da ist doch was versteckt, ja. Da ist doch was. Schon wird er versteckt, ja. So. Aber was ist das jetzt? Ist das Superklamotten? Oder Möbel? Oh, oh. Möbel gibt's auch hier in so Beudeln. Da bin ich ja immer gespannt. Was ist das? Oh. Aber. Souverän. Das sieht ja nett aus. Äh. So, das war ja eh Goofy's Hütte, ne. Komm, ich brauch noch einmal Holz. Das kann's doch nicht sein. Da. So. Was ist hier? Was kann man da machen? Nee. Ich wollte das angucken. So. Säule der Freundschaft. Wenn ich da irgendwas... den Apfel reinwerben? Nee. Okay. Da scheinen wir auch irgendwas tolles machen zu können. Gut. Das ist wieder... Das tue ich euch nicht an. Das tue ich nicht an. Rett das hell. Äh. Hm. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Darugard. Weil... Kommt das hier weg? Okay. Weil wir haben ja jetzt... Hier müssen wir auch ordentlich sauber gemacht werden. Überall. Ja, ich hab nix mehr. Ich weiß. Gut. Vielleicht... Krieg ich ja auch... Wenn ich jetzt ne Aufgabe hier löse. Vielleicht wird da halt die Energie auch... Wiederhergestellt. Wo ist er da? Also... Hallo! Auf Wiedersehen und bis bald! Okay. Dann... ne truhe aha parierbogen dagobert dax ladenschild Okay, dann stören wir mal vier her. Dann mal gucken, die müsste ich ja theoretisch jetzt irgendwo aufstellen. Gucken, ob es da extra Plätze gibt. Äh, verteilt die Schilder, drücke X, öffnen so, dann die Schilder, da gewärts, äh, Bereich Möbel, äh, ja, und wo, egal, dann, äh, machen wir mal hier, so, ah, okay, äh, ach, die Kamera schon wieder, so, 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 äh, gucken, ob wir die, da unten, ne, hier irgendwo, wo es vielleicht nicht so, ach hier, da kommen wir doch, Moment, ich muss auch mal mit der Kamera klarkommen, mehr, äh, guck mal, hier, so, einmal, okay, irgendwo, wo es nicht stört, so, zweimal, mal, ja, jetzt sieht es auch noch aus wie Hund hier, äh, und ich meine nicht Pluto, komm, die haben ja ne, 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 ne Kooperation zusammen, Jeremy und Dings, äh, äh, ja, hier kommen auch noch, was machen, ähm, halt, so, 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 und nun? Jetzt hab ich doch, ja, jetzt gehen wir da gewert Oh, Oh, was ist das? Oh, genau, genau, äh, das Gesicht von Douga, ne, 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 Geld, 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 okay, freundlichsten Dank, äh, was, Samenli Folgengegenstellen, Löwenzahn Violett blühender Bartfaden. Okay, dann komme ich raus. Ich muss natürlich wissen, was das ist. Ja, ist doof, dass es nicht da steht. Was das ist hier, also wenn wir da vorstehen. Oh, da ist ne. Schnell ein paar Ebel reinhauen. Okay. Was? Ah, ist alles voll hier. Dann, äh, mal gucken, was kann man hier auch mal weg tun, was jetzt nicht. Äh, legen wir das mal hin. Dann nehmen das. Dann machen wir das gleich mal auf. Oh, krass. Gelbe Miggi-Tornschuhe. So. Wir können ja eigentlich ein bisschen was bei uns in die Hütte legen, ne? Muss noch nicht alles mit rumtragen. Was ist das? Was sind das? Hm. Ist doch sicher was krass cooles. Dann gehen wir es mal heim. Tun was weg. So Steine oder Holz oder so ein Kram. Das muss man eh nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. So, warte mal. Ja. Vertragen, genau. Das kann auch rüber. Das. Okay. Ja, da haben wir auch mal ein bisschen Platz hier. So. Äh, wo war das? Da vorne, gell? Ja. Ich glaub ich Rezept oder sowas. Äh, Äpfel. Das. Das vielleicht? Ne. Ganz ehrlich. Oh ja. Sollen wir das dann wissen, was das ist? Da ist wieder ne. Ja. Geld. So. Geld. Ah, wir sparen ja auch noch. Wir buchen jetzt neun Lad. Oh. Da gibt's auch was Schönes, oder? Ne, Edelstein. Heidewitzka. So. Wir gucken mal hier runter. Vielleicht sind hier unten noch ein paar andere. So. Was? Was ist hier los? Was ist denn mit dir los? Willst du was? Hier, Klopfer. Was ist denn los? Ist das? Haben wir das kaputt da? Ne. Was denn? Ja. Ja, und jetzt? Halt's da ab, oder was? Hier, ich bring dich mal zu dem Gruß. Ein wesentlichen Portal, was alle Leute umbringt. Tschüss. Hm. Ach, guck mal da unten der Strand. Der Stitch irgendwo ist. Nettes T-Shirt. Gefällt mir. Oh, da ist noch eine Truhe. Oh, das gab ordentlich. Jetzt kommen wir, glaube ich, Goofies Stand, die sich größer schon mal machen. Oh, da ist auch noch ein Edelstein. Eine Korotte. Ah, voll. Aber gut zu wissen, das ist die, die wir vorhin gepflanzt haben. So, komm. Das wird noch mal her. Der erste Adresse am Ort, sag ich euch. Jemand Neues im Dorf. Ah, wir können noch mal auf der Karte gucken. Ah, was ist das? Das Mickey, das Goofy. Ich sehe ja niemanden neuen Merlin. Ich stelle da an das Strand. Äh. So. Äh, äh, äh. Aber, äh. Da ist alles, was du hier siehst, wird einmal dir gehören, Coyote. Äh. Hallo. Äh. Äh. Ja, wo? Freundlich denn da? Wo finde ich die? Ach, hab sie jetzt. Okay, stell Löwenzagen und eine Bartfalle in den gesamten Gegenständen. Da muss ich an die, irgendwie, an die, ja, das Schraub, Schraubhuber, ja. Ne? Da kann ich jetzt, glaube ich. Ah! Mein Tee ist auch alle. So. Jetzt kommen wir doch hier. Löwenzahn-Gedöns. Wie viel können wir denn machen? So. Ja. Wo ist er? Da ist er. Einen schönen Tag noch. Ah. Okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja. Chef. Hallo? Ja. Die stammelst vor, vor die Hütte. Wahrscheinlich wieder unter Möbel. Äh. So. Jetzt sag ich mal, ja. 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 Ne? So. Gut. Äh. Muss ja auch noch was aussehen. Einmal Und Ach hier, komm So Aha Mich denkt, der hat gespeichert So Dann Erzähle mal Wo ist er? Da ist er Schöner an der Kasse Ein schöner Tag noch Aha Oh Eine eigene Werkbank Ja, ja BAM Neues Level Was ist das denn cooles? Das ist die Nummer 3 hier Und Ah, das ist ja fantastisch Und Geld Äh Was gibt es jetzt? Neue Rollen freigeschaltet Wählen eine von Rollen Dein Begleiter kann mir ernten Ach ja, die Begleiter Das ist auch was, was er bei den anderen Early Access Paketen Kriegt da so kleine Viechers irgendwie Wahrscheinlich kriegt man die hier später auch dazu Bergbau 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 ist glaube ich gut Ja Ich glaube wir machen mal hier Das So So Also ihr seht wir haben noch viel viel Arbeit vor uns Aber das ist völlig in Ordnung Da Jetzt Maximale Energie Erzählt Das ist doch das Wichtige Äh Alles erreicht Ja was Danke wert Ein schönen Tag noch Spiele weiter und weiter Missionen Okay Dann Er hat ja gesagt Neue Leute hier Wir gucken mal Das mal vielleicht Goofy noch was Weil ich Ich wollte ja eigentlich noch mal Irgendein Neues Franchise hier freischalten Ich glaube Wall-E Oder Ratatouille Kann man hier mit Freischalten Wir haben auch keinen Platz mehr Ein bisschen Aber noch Okay Können wir hier mal ein bisschen Aufräumen Da So Kriegen wir eigentlich auch Energie Zurück wenn wir uns hinsetzen Schon ein bisschen creepy oder Ich beobachte euch Euch alle So Dann noch was ernten Ein paar Himbeeren oder was das war Dann noch mal weg Äpfel Oh Mama Guck ich mal Ob ich hier noch jemand Neues vielleicht finde Oh Was ist denn das Moin Da brauche ich Das Oh Da kann man gleich Was pflanzen So Ja Karotten haben wir genug Gießen wir auch gleich Was kann man schon ernten Ah Das ist das auch noch voll Da müssen wir doch hier was Abgeben Ich muss ja mal meine Bude mal ein bisschen auf Vordermann bringen Mal gucken wie das geht Das können wir mal alles wegmachen Das auch Das nehmen wir mal mit Die Rezepte können wir die Können wir auch hier Müssen wir auch nicht mit rumschleppen Können wir gleich Rezepte lernen Okay Fischsuppe Fisch Fisch Wir haben doch noch mehr mehr oder Paprika Gebäck Okay Gegrilltes Gemüse 164 Rezepte gibt es Naja Da haben wir ja noch zu tun Obstsalat Das müssen wir eigentlich machen So Sprich mit Goofy Ah okay Man kann verschiedene Aufgaben Zergleichen Zeit Freundschaft Alles klar Sprich mit Migi Dann Gucken wir mal raus Quatschen wir mal unseren Buddy Jan The Goof Master Was fehlt Ein Schnellaufrufen von der Karte Das wäre noch nett So ist ein Goofy Da unten Oder mal am Angeln Na gut Hallo Kumpel Oh Oh Das ist aber Spendabel Der war die ganze Zeit Der hätte sich noch Quatschen können Yes Komm ich habe was für dich Du kriegst jetzt einen Keks von mir Das ist auch die Mütze Eine Goofy Mütze Aber ich Wo wir können Angeln machen Habe ich jetzt von dem was gekriegt Hier Was zum Anziehen Was war denn das Eine Brille Yeah Danke Danke Goofy Merlin Und Migi Okay So Merlin war glaube ich da oben Können wir auch dem Mal anquatschen Vielleicht hat der einen neuen Neuen Büro noch Hallo Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen Also man muss nicht nur eine Aufgabe von einer Figur machen Sondern Hier schön Denn uns bleibt nicht viel Zeit Hey Und jetzt lauf Okay Jetzt habe ich Jetzt habe ich so viel eigentlich schon erledigt Von dem Kram hier Obwohl Das zählt schon Das ist gut Dreamlight Pflicht So Gefange drei Fische Bau fünf Gemüse Warte mal Die fünf Gemüse Das dürfte Drei von sieben Ja die Gemüse Das ist ja kein Thema Die können wir ja Hier auch machen Warte mal Da brauchen wir noch Machen wir hier einfach Einmal Und zweimal Und dann machen wir hier Goin Okay Und äh So So Da haben wir das nämlich schon mal erledigt Wir könnten ja nochmal Gießen Dann machen wir das hier noch Dann gehen wir mal in den Brunnen Fünf Gemüse Okay mach ein Foto Haben wir ja schon gemacht eigentlich Aber egal Machen wir noch eins Ja muss ja nicht schön sein Nur selten Das ist nämlich erledigt Jetzt können wir noch fünf Früchte verkaufen Fünf Äpfel einfach Am Kuhvieh Stand Und äh Dann haben wir eigentlich Da sieben Aufgaben Schon erledigt So Einmal bitte hierher Schön dich zu sehen Ach Ich bin immer noch zu schnell hier Bis bald Na bleib hier Warte mal So Verkaufen Nicht kaufen Ah Äh Füllen Äpfel So Das ist nämlich auch erledigt Das stört mich ja Das sieht doch aus wie Ulle So Äh Und dann So Jetzt habe ich doch hier Ja Sammler Was Was Ah Okay 900 Und 2000 Also Doch noch mehr Aber wo ist Merlin Jetzt hin Wo ist Merlin Da unten Oder Toll Ich muss selber sehen können Das ist dein Traum Weißt du Nur du kannst helfen Immer schön bescheiden Okay Oh Level 3 Maximale Energie Und Belohnung In Gefängnis Keine Ahnung Okay So Wo treibt ich Miggi rum Äh Auch da oben Sagen wir Bin ich nur blind Ah ist das vielleicht Miggis Haus Ja War ich am Anfang Ne Das wäre eine Möglichkeit Dass dies Miggis Haus ist So Guck mal Hey Hier drüben Ah Oh 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 Junge Äpfel Ja Cracker Weizen Okay Okay Bis bald Okay Das sind jetzt Sagen die wir Die wir eigentlich Jetzt schon Rausgefunden haben Grabeinloch und Pflanze Weizen Okay Dann machen wir Erstmal das Rezept Wo Da Man sieht auch Immer Da wo unten Noch so ein Magic So ein Lila Item Dran ist Das sind Die Sachen Die man Für die aktuelle Aufgabe Braucht Ne Da habe ich Jetzt auch Schon gemerkt Nach 3 Stunden Weizen Habe ich doch Glaube ich auch Oder So Kann man Dreimal Weizen Pflanzen Okay Machen wir gleich Hier um die Ecke So Dass ich selber Rumärschern Mit dem Unkraut Dann Da kann man Hier Einmal Weizen Kann man Dir helfen Goofy Oder ist das Merlin Ne So Ich komme Ja gleich Ich muss Erstmal Gießen Wenn dann Manche Schnottel Ich Micky So Habe ich doch Schon Gemacht Renn doch Nicht Weg Junge Danke Kumpel Das ist Auch Noch Was Hier So Muss Doch No Mal Okay Das Äh Opa Das Hätte jetzt Eigentlich Nicht sein Wissen Weil Ich Habe es Ja Im Grunde Schon Gemacht Aber Gut Das Ist Noch So Ein Bisschen Tutorial Bin Halt Ein Bisschen Schneller Als Das Tutorial So Kann ich Jetzt Schon Ernten Den Weizen Ja Das Geht Aber Schnell Ja Will Nicht Wissen Was Hier In Dem Zeug Drinnen Ist In dem Wasser So Äpfel Hab ich Ja Scheinbar Jetzt Auch Nicht Äh Noch Mal Extra Pflücken Zu Müssen Ich Soll Zu Mal Haus Gehen So Jetzt Kommt Der Sache Da Schon Her Hallo Okay Dann Äh Danke Kumpel Stören wir Den Hier Irgendwo hin So Ist Natürlich Jetzt Alles Hier Bisschen Dumm Hingestellt Äh Ich Glaube Ich Mach Mal Halt Das Hier Mal Wieder Weg Erstmal Äh Entfernen Y So Dann Kann Ich Nämlich Hier Halt Äh Was Mache Ich Denn Jetzt Hier Die Die Lampe Verrückt Ach Ich Ich Will Die Mal Gleich Mit Ziehen Muss Aber Erstmal So Aktivieren Dann Komm Eigentlich Kann Das Hier Auch Das Ganze Ding Oder Steht Das Das Können Auch Dann Komm Das Nämlich So Obwohl Es Anders Drum Besser Ist Geh So Dann Können Auch Oder Schön Wenn Mal Auf Sofa Chillen So Achso Ich Kann ich mir Den Kampi Machen Ne Schade Okay Kohle Und das Und Kram Okay Was Was Äh Äh Ja Und Wie mache ich das Jetzt Kochen Herd Gut Ich Habe Ja Gerichte So Cracker Aber Wie Gucke ich die An Tu mal das Ding Also Fangen wir mit dem Kochen an Verlauf Gut Automatisches Ausfüllen Ja Weizen Und Ah Okay So einfach gegen Cracker Also einfach nur Weizen ins Wasser werfen Okay Why not Was aber Obstsalat Da Da Brauchten wir ja Ne Ja Ja Waren ja eigentlich nur Äpfel Ne Schön Bananen mit drin Egal Egal So Oh ich freue mich so dich zu sehen Okay Was kriege ich von dir auch Komm mir geh mal so ran Aua Wunderbar Äh So Neue Möbel Oh Da muss ich denn mal in Ruhe gucken Äh Weichholz Haben wir doch hier auch Weichholzer bin ja doch noch hier übrig Das ist ja nicht so Das ist ja nicht so Egal Äh Ich hatte ja auch eine Werkbank Ich glaube die stelle ich ja draußen mal hin Da wird ja irgendwo noch Platz sein Wenn es geht Wahrscheinlich nicht Ne Ja notfalls gehe ich zum Zum Dings Wir holen nochmal Weichholz Gucken Kann man die hier Hinstellen Die Werkbank Die hat mir doch der Dings gegeben Äh Äh Egal Wir Braugen nochmal Holz Give me my the Holz So Dann kommen wir nämlich hier beim Dagobert Genau Da 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 Hast du eine Minute Zeit Ja Gleich 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 Vielen leid Vogelhaus Im Dorf Aufstellen Okay Wir gucken dass wir noch ein paar Aufgaben lösen Dass wir die 2000 Dreamlights zusammen kriegen Dass wir dann vielleicht noch ein neues Franchise hier Freischalten Aber zuerst stellen wir mal das Vogelhäuschen Ach komm hier Hier ist doch ganz schön oder Wann nenne ich mal Dagobertsschalter Egal Äh Da 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 So Ja Was denkst du Miki Vor allem wo bist du Oh Hallöchen Du kommst ein bisschen spät Weißt du Okay Ich lüpfe meinen Hut Oh Ja Solange es nur der Hut ist Ne Äh 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 Fütter ein Kleintier Hat er doch auch schon Verdammt Drei Fische fangen Ändere dein Outfit Ja gut Das geht ja auch Geht das noch weiter Hier gibt es auch noch welche oder was Okay Dann ist doch So Na komm. Was? Granate? Hab ich doch jetzt eigentlich schon genug, oder? So. Also. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. So. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. So. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. So, also, so werden neue... ...neue Gebiete freigeschalten. Aber das Geheimnis hochgelüftet. Oh. Na? Oh. Halleluja. Ja. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Okay. Ja. So. Wir können jetzt... ...verschiedene Welten. Entweder einen verlassenen Planeten mit einem schönen Rauber. Der Wall-E. Restaurant und großen Gelenken auch. Ratatouille mit der Remi. Oder Ozean mit einem Halbgott besuchen. Äh. Ein Ozean mit einem Halbgott. Äh. Wajana. Würde ich sagen, ne? Äh. Komm, wir gehen so... Wall-E. So. Also. Äh. Dann. Dann, äh. Kommen wir. So langsamer zum Ende von unserem angespielten X-X-XL. Das gucken wir uns natürlich nachher, was es hier gibt. Äh. Wir gucken uns natürlich noch die Wall-E-Welt jetzt mal an. Das ist klar. Haben wir so lange drauf hingearbeitet? Okay. Auch nett. Äh. Ah. Guck mal. Ah. Alles klar. Da können wir die anderen noch frei machen. Ah. Da. Da. Das ist Wall-E-Dings. Äh. Wajana. Und, äh. Was war das noch? Remi. Genau. Wir gucken erstmal hier noch ein bisschen rum. Es ist hier. Guck mal. Da gibt es auch noch was. Klamotten. Die anderen Welten, äh. Haben wir dann später natürlich auch noch. Aber, äh. Aber, äh. Am Anfang kann man sich so ein bisschen entscheiden. Ihr seht. Ja. Da gibt es noch viele, viele Welten. Wahrscheinlich viele, äh. Seasons und DLCs. Was haben wir denn hier? Das ist Lightyear. Oder? Ne. Was? Ah. Okay. Frozen. Also viele, viele Sachen, die noch frei zu spielen sind. Ich glaube, da können wir noch ordentlich Zeit drin versenken. Von daher, äh. Ja. Ja. Also die 30 Euro. Hab ich glaube ich nicht bereut. Oder bereue ich sie nicht. Weil hier gibt es genug. Oh. Oh. Gut. Guck mal kurz auf die Karte. Wie das hier aussieht. Ach. Hier gibt es noch keine Karte. Seht ihr mal. Das sieht aus, ey. Aber, äh. Was ist hier noch? Infern. Ah. Okay. Hier habt ihr keine Dornen. Hier habt ihr, äh. Müll. Auch gut. Ja. Dann würde ich sagen. Das reicht für ein Angespielt. Ne. Ihr habt einen Eindruck gekriegt. Und spätestens im nächsten Jahr, äh. Wenn es dann Pre2Play startet. Wenn ihr jetzt noch kein Geld rein investieren wollt. Könnt ihr ja, äh, selber erstmal ausprobieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hier noch, äh, viel Zeug freizuschalten. Und viele, äh, Leute zu finden. Neue Welten. Und so weiter. Ich glaube, das wird mich die nächsten, äh, Wochen und Monate beschäftigen. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Dann sage ich auf jeden Fall, danke fürs Reinschauen. So. Äh, 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 äh. Bis zum nächsten Mal. Ihr vergesst nicht das übliche, äh, hier von wegen, äh, Abo und, äh, gerne Kommentare und Krams und Glockenklingeln und whatever. Dann bis zum nächsten Mal. Und wir quatschen natürlich noch Warly an. So. Oh. Ui. Damit sage ich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Telekonga. Und ich frage mal, was Warly jetzt noch alles von mir will. Tschüss. Und jetzt, wiens. Bis zum nächsten Mal hin,ört。 judges, wir fragen uns. Bis zum nächsten Mal.